ja servus hier einige werden jetzt vielleicht erkennen wo ich bin nämlich am linzer bus terminal ja und da geht es recht zu wie man gerade sieht wir haben es jetzt freitagnachmittag so gegen vier ja und da kann es schon mal passieren dass gleichzeitig zehn busse beim bus terminal drin stehen da kommt schon wieder einer die meisten busse sind postbusse und die von der oberösterreichischen verkehrsverbund ja und da gibt es ja verschiedene linien die 600er reihe zum beispiel die fahrt dann auch trauen nach hietzing nach parsing die fahrt überall hin 1.4 also wenn ich zum zum beispiel zu meiner oma fahrt einmal sind wir aufgefahren dann nach freistadt ja und da sind die anzeigen die uhrzeiten wenn die fahren sind nicht in minuten angegeben sondern richtig in der uhrzeit also zum beispiel einer fahrt jetzt um vier uhr der fahrt zum beispiel gerade nach alberndorf ja und dort hinten fahrt die doppelgängspusine 45 46er fahrt da und sonst draußen fahren einen haufen erdgas busse 17 19 und so weiter ja und so geht es da halt zu gut dann sage ich schon wieder servus und bis zum nächsten mal